Gaming-PCs sind wieder einigermaßen erschwinglich geworden und ich möchte dir heute zeigen, wie du dir dein Gaming-PC am besten zusammenstellen solltest, um das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis rauszuholen, also möglichst viele FPS für dein Budget zu bekommen. Die PCs, die ich hier empfehle, reichen von 800 Euro als quasi günstigster Einsteiger-Gaming-PC bis hoch zu knapp 2000 Euro, dem meiner Meinung nach teuersten und besten Gaming-PC, der noch ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und wie immer findest du alle Komponenten, die ich hier in meiner Kaufberatung empfehle, in den Geizheitswunschlisten unten in der Videobeschreibung. Also da kannst du einfach nochmal nachschauen, welche Komponenten das genau waren und siehst sie auch gleich im Preisvergleich. Und ganz neu, du kannst genau diese Konfiguration, die ich hier empfehle, in meinen Kaufberatungen jetzt auch fertig zusammengebaut bei Crotus Computer kaufen. Also auch die Links findest du in der Videobeschreibung. Falls du nicht so gerne selbst zusammenbaust, kannst du dort für einen kleinen Aufpreis genau diese Konfigurationen hier aus meiner Kaufberatung, ja, für einen kleinen Aufpreis bei Crotus Computer direkt fertig zusammengebaut kaufen. Einzige Einschränkung da oder minimale Einschränkung, die Grafikkartenverfügbarkeit ist zwar mittlerweile besser geworden, aber es variiert immer mal wieder, welches Modell ja gerade überhaupt vernünftig zu bekommen ist. Deswegen kann ich nicht garantieren, welches Grafikkartenmodell da genau verbaut ist in den Konfigurationen. Aber wenn du das vorher wissen willst, kannst du da auch einfach nachfragen, eben die E-Mail schreiben. Hey, in dem und dem PC steht da ist eine 3080 drin. Welches Modell habt ihr denn gerade genau da? Dann beantworten die die Fragen auch gerne. Also da kannst du auch vorher sicher gehen, welches Modell du dann genau bekommst. Aber ansonsten würde ich jetzt sagen, wir legen jetzt los mit der eigentlichen Kaufberatung und mit den ersten Konfigurationen, nämlich zunächst einmal mit dem 800 Euro Gaming-PC. Wenn du ungefähr 800 Euro für dein Gaming-PC zur Verfügung hast, dann bekommst du tatsächlich mittlerweile eine richtig ordentliche Zusammenstellung, mit der man auf jeden Fall in Full HD alle aktuellen Spiele problemlos zocken kann. Ich würde dann zu einem Gaming-PC auf Basis des Intel Core i5 11400F raten. Der 6-Kerner von Intel ist immer noch schnell genug für alle aktuellen Spiele und vor allem auch schnell genug für die Grafikkarten, die ich hier empfehle oder das Modell, was ich hier empfehle. In dem Leistungsbereich kriegt man mit einem i5 11400F keine Probleme. Und die 6 Kerne von der CPU und durch die virtuelle Kernverdopplung Intel Hyperthreading, also 12 Threads, ist man auch immer noch gut für die Zukunft ausgerüstet. Die F-Version vom Intel Core i5 11400F zeigt einfach nur an, dass die CPU keine integrierte Grafikeinheit hat und somit können wir uns einfach ein paar Euro sparen. Die F-Version ist ein bisschen günstiger, die integrierte Grafikeinheit brauchen wir sowieso nicht, da wir eine Grafikkarte verbauen. Der i5 11400F kostet so um die 150 Euro und das ist wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis aus meiner Sicht für günstige Budget-Gaming-PCs derzeit die beste Wahl. Als Mainboard passend dazu würde ich dann das ASRock B560M Pro 4 empfehlen. Das Mainboard kostet ziemlich genau 100 Euro und ist schon wirklich gut ausgestattetes B560 Mainboard mit dem Micro-ATX-Formfaktor. Das bedeutet, es ist etwas kleiner und kompakter, hat aber ansonsten eigentlich auch alle nötigen Erweiterungsslots, die man sich so vorstellen kann für ein Gaming-PC oder die man so braucht. Es ist natürlich kompatibel mit der CPU, die ich hier empfehle und insgesamt vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es aus meiner Sicht somit das beste Mainboard, was man mit dem B560-Chip-Satz aktuell eigentlich kaufen kann. Als Arbeitsspeicher würde ich dann immer noch 16 GB insgesamt empfehlen. Konkret ist derzeit aus meiner Sicht das G-Skill Ripjaws V-Kit mit einer Taktfrequenz von 3200 MHz und CR16-Timings besonders gut geeignet für so einen günstigen Gaming-PC, denn das RAM-Kit ist ziemlich günstig. Ich empfehle das auch hier in den teureren Gaming-PCs von mir noch weiter und eine Taktfrequenz von 3200 MHz mit CR16-Timings ist auch schnell genug für unser System und für den Intel Core i5-11400F. Also auch da brauchen wir nicht fürchten, dass wir irgendwie durch zu langsamen RAM oder sowas Performance-Probleme bekommen. Ein 16 GB-Kit ist eigentlich noch ausreichend aktuell für Gaming-PCs. Im richtigen Oberklasse-Bereich würde ich tatsächlich jetzt auch schon zu 32 GB raten, aber in dem Leistungsbereich, in dem wir uns hier bewegen, reichen 16 GB erstmal aus. Und falls es irgendwann doch nicht mehr der Fall sein sollte, kann man auch später immer noch problemlos einen zweiten 16 GB-Kit dazukaufen und somit auf 32 GB upgraden, denn das Mainboard, was wir hier verwenden in der Kaufberatung, hat vier RAM-Slots, also auch da hat man dann die volle Flexibilität. Jetzt kommen wir aber zur interessantesten und vor allem wichtigsten Komponente für einen Gaming-PC, nämlich zur Grafikkarte. Ich würde bei einem Budget von 800 Euro zu einer RTX 3050 greifen, das ist ja die beste Grafikkarte, die man hier in das Budget noch so reingequetscht bekommt. Und aktuell oder mittlerweile gibt es die RTX 3050 tatsächlich auch fast zur unvermittligen Preisempfehlung. Beispielsweise das Custom-Modell Asus Phoenix, das kostet derzeit 320 Euro, liegt somit nur 40 Euro bei der UVP von 280 Euro und diese Grafikkarte gab es auch beispielsweise schon für 299 Euro. Der Preis schwankt immer ein bisschen, also wenn man da gutes Timing hat und den richtigen Zeitpunkt abpasst, dann kriegt man die Grafikkarte vielleicht auch für knapp 300 Euro. Das Custom-Modell ist natürlich nicht das Beste, ihr seht ja schon, es hat nur einen Lüfter drauf, aber die RTX 3050 produziert halt auch nicht so viel Abwärme, daher gehe ich halt davon aus, dass dieser eine Lüfter auf der Asus Phoenix halt ausreicht für die Kühlleistung. Es wird mit Sicherheit nicht die leiseste Grafikkarte sein, aber die Priorität bei mir hier ist, überhaupt ein Gaming-PC für ein Budget von 800 Euro zusammenzustellen und das ist eh schon knapp genug, deswegen wäre meine Empfehlung hier tatsächlich auf die günstigste RTX 3050 zu setzen, die es derzeit gibt und das ist aktuell die Asus Phoenix, kann sein, dass sich das auch mal wieder ändert in den nächsten Tagen und Wochen, aber ich würde da an der Stelle tatsächlich versuchen, so viel zu sparen wie nur möglich, denn wie gesagt, es wird sowieso schon knapp genug mit dem Budget von 800 Euro. Aber ich habe auch schon am Anfang gesagt, eine RTX 3050 ist eine solide Einsteiger- beziehungsweise Mittelklasse-Grafikkarte, wenn man in Full HD spielt, kann man damit auf jeden Fall problemlos alle Games zocken, 8 GB Grafikspeicher sind auch am Start, damit kriegt man auch keine Probleme, also da kriegt man oder hat man wirklich ein solides Grafikkartenmodell am Start. Als Festplattenspeicher würde ich dann eine 1 TB SSD empfehlen, konkret im Moment die Crucial P2, die ist wieder ganz gut verfügbar für einen relativ günstigen Preis von knapp 85 Euro aktuell und ich bin der Meinung, dass 1 TB Festplattenspeicher aktuell immer noch ausreichen sollte, ansonsten kann man Festplattenspeicher auch sehr, sehr leicht später noch upgraden, mit 1 TB sollte man aber erstmal ganz gut ausgerüstet sein und die Crucial P2 ist halt eine der günstigsten M.2 PC-Express-SSDs auf dem Markt, natürlich auch nicht die schnellste, aber den Performance-Unterschied von den günstigeren Modellen zu den High-End-SSDs, sag ich mal, merkt man in der Praxis eigentlich sowieso nicht, deswegen können wir hier auch ein paar Euro sparen und auf die günstige Crucial P2 setzen. Als Netzteil für die ganze Stromversorgung unserer Komponenten würde ich dann ein BeQuiet System Power empfehlen, die System Power Serie ist meiner Meinung nach mit das Beste, was man vom Preis-Leistungs-Verhältnis bei Netzteilen derzeit kaufen kann. Konkret wäre meine Empfehlung dann das BeQuiet System Power 9 CM mit 500 Watt. Das CM in der Produktbeschreibung zeigt uns, dass das Netzteil teilmodular ist, das hat also Kabelmanagement, das bedeutet, wir können alle nicht benötigten Kabel einfach weglassen und können somit uns ein sehr leichtes Kabelmanagement im Case machen, haben ein super aufgeräumtes Gehäuse, keine unnötigen Kabel rumfliegen, die man gar nicht braucht und das führt dann im Zweifelsfall dann sogar zu einem besseren Airflow und besseren Temperaturen in unserem Gehäuse und allgemein macht es auch den Zusammenbau einfach viel leichter. Deswegen würde ich immer zu einem Teil- oder vollmodularen Netzteil raten. Ansonsten ist das BeQuiet System Power 9 CM 500 Watt noch 80 plus Bronze zertifiziert, das heißt, es hat einen relativ hohen Wirkungsgrad und wir verbrauchen nicht unnötig viel Strom und das Netzteil hat auch alle nötigen Schutzschaltungen mit an Bord, sodass wir uns auch keine Sorgen machen müssen, dass uns das irgendwie um die Ohren fliegt und andere Komponenten in Mitleidenschaft zieht. Das Netzteil kostet um die 50 Euro, 50 bis 55 Euro und bietet damit aus meiner Sicht, wie gesagt, mit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, was so den 500 Watt-Netzteil-Bereich angeht. Als optionale Komponente kann man dann noch einen extra CPU-Kühler mit dazu kaufen. Der Intel Core i5 kommt schon mit einem Standard-Kühler, dem Intel-Box-Kühler. Den könnte man verwenden, wenn das Budget sehr, sehr knapp ist und den muss man auch verwenden tatsächlich bei dieser Konfiguration, wenn man mit den 800 Euro hinkommen möchte. Wenn man aber doch noch ein paar Euro mehr aus seinem Budget rausquetschen kann, dann würde ich empfehlen, noch einen extra CPU-Kühler zu kaufen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Man hat deutlich niedrigere Temperaturen und einen deutlich leiseren Betrieb. Und meine Empfehlung wäre da dann der Arctic Freezer i35. Das ist der Nachfolger vom Arctic Freezer i34, den ich gerne empfohlen habe. Und der große Vorteil bei dem CPU-Kühler ist einfach, dass er quasi den Arctic P12-Lüfter verbaut hat. Und das ist einer der besten 120-mm-Lüfter, die es auf dem Markt gibt. Und der Lüfter ist mit gut 30 Euro auch nicht zu teuer. Und aus meiner Sicht sind es wirklich gut investierte 30 Euro in den leisen Betrieb, in kühle Temperaturen, sodass ihr einfach deutlich mehr Spaß mit eurem Gaming-PC habt. Zu guter Letzt kommen wir dann noch zum Gehäuse. Das Gehäuse ist immer Geschmackssache. Das sage ich jedes Mal wieder. Da schaust du am besten erst mal selbst nach, was dir optisch ganz gut gefällt. Wenn du aber allgemein nur nach irgendeinem Gehäuse suchst, was nicht zu teuer ist und was mit allen hier empfohlenen Komponenten kompatibel ist, dann wäre meine Empfehlung das Coling Citadel. Das ist ein Gehäuse, was maximal Micro-ATX-Mainboards unterstützt. Das heißt, es ist schon relativ klein und unser Micro-ATX-Mainboard passt da auch noch problemlos rein. Und es ist halt relativ günstig. Es kostet nur um die 40 Euro, hat dafür aber auch schon zwei 120 mm Lüfter vorinstalliert. Das heißt, wir brauchen keine extra Gehäuse-Lüfter mehr dazukaufen. Und es hat sogar ein Glasfenster an der Seite. Also kann man auch in das Case reingucken. Sieht einfach immer ganz cool aus, finde ich. Und ich finde auch insgesamt sieht das Gehäuse ganz in Ordnung aus. Das ist halt ein relativ schlichtes Design und sollte eigentlich bei jedem ganz gut ins Arbeitszimmer reinpassen. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis, wie gesagt, ein sehr gutes Gehäuse. Aber wenn du optisch auf was anderes stehst, dann kann man natürlich auch ein beliebiges anderes Gehäuse verwenden. Insgesamt landen wir mit allen Komponenten ohne den Extra-CPU-Kühler bei knapp über 800 Euro mit dem Extra-CPU-Kühler so bei 850 Euro. Allerdings ist die RTX 3050 gerade auch mit 320 Euro ein bisschen teurer. Wie gesagt, man kriegt die auch ab und zu mal für 300 Euro. Also da sollte man ja mit gut 800 Euro auf jeden Fall hinkommen, um sich dieses System zusammenstellen zu können, wenn man es dann selbst zusammenbaut. Und ich finde, da hat man dann wirklich einen soliden Gaming-PC am Start, mit dem man auf jeden Fall alle aktuellen Games zocken kann. Der nächst bessere Gaming-PC, den ich empfehlen würde, der hat exakt die gleichen Komponenten verbaut, nur eine andere Grafikkarte. Und als nächstes sinnvolles Upgrade hier zur RTX 3050 könnte man einmal die RX 6600 verbauen ohne XT. Die bekommt man so ab 380 Euro. Das wären also nochmal gute 50 Euro mehr als für den 800 Euro Gaming-PC, wo ich gerade die RTX 3050 empfohlen habe. Aber wenn man noch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat und sich, ich sag mal, so ein PC für 1000 Euro sucht, so der klassische 1000 Euro Gaming-PC, dann würde ich die Radeon RX 6600 XT als Grafikkarte empfehlen. Wie gesagt, alle anderen Komponenten sind genau identisch mit dem 800 Euro Gaming-PC, nur dann als Grafikkarte halt eine RX 6600 XT. Aktuell vom Preis-Leistungs-Verhältnis wäre da meine Empfehlung die XFX Speedstar Swift 210. Die ist halt relativ günstig derzeit zu bekommen für knapp 480 Euro. Und für die 100 Euro mehr im Vergleich zur normalen RX 6600 bekommt man auch schon mal nochmal ein richtig ordentliches Performance-Plus. Die RX 6600 XT liegt von der Gaming-Performance schon zwischen einer RTX 3060 und einer RTX 3060 Ti. Und das ist dann wirklich schon eine sehr performante Grafikkarte, die man da verbaut hat. Und dann für ein 1000 Euro Gaming-PC kann sich das tatsächlich meiner Meinung nach sehen lassen, vor allem wenn man bedenkt, was für eine schlechte Grafikkartenverfügbarkeit oder was für hohe Grafikkartenpreise wir vor einigen Wochen noch hatten. Bei der Konfiguration mit der RX 6600 XT ist es dann sogar so, dass man eigentlich mit dem extra CPU-Kühler schon bei gerade mal knapp über 1000 Euro landet. Also wer 1000 Euro zur Verfügung hat und vielleicht noch ein 10er oder 20 Euro mehr investieren kann, dann hat man sogar auch schon den Arctic Freezer i35 mit dabei. Ansonsten ohne den extra CPU-Kühler landet man bei knapp unter 1000 Euro. Das wäre auf jeden Fall meine Empfehlung für den 1000 Euro Gaming-PC. Also wenn du hier vorgeskippt hast zu dieser Empfehlung, dann schau dir einfach die Empfehlung von den Komponenten für den 800 Euro Gaming-PC an und tausch dann einfach die Grafikkarte gegen eine RX 6600 XT aus. Wie sieht es aus, wenn man noch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat und sich ein Gaming-PC für 1200 Euro zusammenstellen möchte? Nun, da würde ich jetzt tatsächlich ein paar mehr Komponenten austauschen, denn bei einem Budget von 1200 Euro bin ich der Meinung, dass man bei der CPU dann schon auf den Intel Core i5-12400F setzen sollte, also tatsächlich auf die neueste Generation von Intel, allerdings gepaart immer noch mit DDR4-Arbeitsspeicher. Der i5-12400F kostet derzeit knapp 180 Euro, also tatsächlich nur 30 Euro mehr als der Vorgänger i5, ist aber in allen Belangen dem Vorgänger nochmal etwas überlegen und erhöht einfach ein bisschen die Zukunftssicherheit, dass wir nicht zu schnell in den CPU-Bottleneck kommen. Ansonsten hat der i5-12400F genauso sechs Kerne und durch Hyper-Threading zwölf nutzbare Threads und auch mit der CPU ist man selbst mit den etwas leistungsstärkeren Grafikkarten hier auf jeden Fall für die Zukunft gut ausgerüstet. Mehr als sechs Kerne und zwölf Threads sollten in den nächsten Jahren eigentlich nicht zum Zocken notwendig sein. Beim Mainboard wäre dann meine Empfehlung das Gigabyte B660M DS3H DDR4. Die Intel 1700er Mainboards sind immer noch ein bisschen teuer. Das ist wieder hier ein Micro-ATX-Mainboard, welches 105 Euro derzeit kostet, aber tatsächlich sogar ein bisschen schlechter ausgestattet ist als das ASRock-Mainboard, was ich für die anderen, für die günstigeren PCs empfohlen habe. Das ist aber natürlich auch schon deutlich älter gewesen und für den Intel 1200er Sockel gewesen. Wie gesagt, die 1700er Mainboards sind immer noch ein bisschen teurer, sodass man nicht nur einen Aufpreis bei der CPU mit einrechnen muss, sondern tatsächlich auch bei dem Mainboard, wenn man ein Intel 12.000er mit einem Intel 11.000er System vergleicht. Aber insgesamt ist es immer noch ein solides Mainboard, was eigentlich alle Features an Bord hat, die man so braucht. Und wie gesagt, durch den Micro-ATX-Formfaktor ist es halt wieder ein bisschen kleiner. Wir können wieder einen kleineren PC bauen und sparen uns halt auch wieder ein paar Euro im Vergleich zu den Standard-ATX-Mainboards. Als Arbeitsspeicher nutzen wir dann, wie gesagt, immer noch DDR4-Arbeitsspeicher, auch wenn die CPU theoretisch DDR5-Rahmen unterstützen würde. Wir haben uns jetzt aber auch schon für ein DDR4-Mainboard entschieden. Und beim Arbeitsspeicher würde ich dann tatsächlich wieder den gleichen empfehlen, wie auch für den 800-Euro- und 1000-Euro-Gaming-PC, nämlich die G-Skill Rip Jaws V, das 16-Gigabyte-Kit mit einer Taktfrequenz von 3.200 Megahertz. Auch hier bin ich der Meinung, dass in dieser Preisklasse 16 Gigabyte immer noch ausreichend sind und man sonst zur Not auch später seinen Rahmen nochmal auf 32 Gigabyte upgraden könnte. Der Arbeitsspeicher kostet ungefähr 65 Euro. Das ist eins der günstigsten 16 Gigabyte-Kits mit einer, oder mit den Specs jedenfalls, mit einer Taktfrequenz von 3.200 Megahertz und CR16-Timings. Und damit ist der Rahmen auch schnell genug für unseren i5-12400F. Als SSD empfehle ich auch hier die Crucial P2 mit einer Kapazität von einem Terabyte. Habe ich auch schon im 800- und 1000-Euro-Gaming-PC empfohlen. Das ist eine solide M.2-PC-Express-SSD und ein Terabyte-Kapazität sollten eigentlich auch jedem erstmal noch ausreichen. Jetzt hätte ich fast die Grafikkarte vergessen. Normalerweise kommt die ja nach dem Arbeitsspeicher. Wie sieht es aus bei einem Budget von 1.200 Euro? Zu welcher Grafikkarte sollte man da greifen? Meine Empfehlung wäre hier an dieser Stelle eine RTX 3060 Ti, denn die passt gerade noch so ins Budget mit rein. Und aktuell bekommt man die für knapp 600 Euro. In diesem Fall wäre das die Asus RTX 3060 Ti V2 Mini OC. Das ist schon ein relativ günstiges Custom-Modell, muss man ehrlich sagen. Aber aktuell sind andere 3060 Ti Custom-Modelle deutlich teurer, sodass es meiner Meinung nach keinen Sinn macht, da extra Geld rein zu investieren. Die Asus Mini ist quasi das günstigste RTX 3060 Ti Custom-Modell, was Asus anbietet. Und dementsprechend, ich habe es nicht selbst im Test gehabt, aber kann ich mir sehr gut vorstellen, trotz der zwei Lüfter, dass es doch etwas lauter ist. Es hat auch ein klassisches Zwei-Slot-Design, also einen nicht sonderlich großen Kühlkörper. Aber hier steht einfach wieder das Preis-Leistungs-Verhältnis derzeit im Vordergrund aus meiner Sicht, da wir halt immer noch recht hohe Grafikkartenpreise haben, denn 600 Euro für eine 3060 Ti ist wirklich immer noch eine ganze Stange Geld. Aber eine RTX 3060 Ti ist auch eine sehr gute Grafikkarte im oberen Mittelklasse-Bereich, mit der man alle aktuellen Spiele oft auch auf sehr hohen Grafikeinstellungen spielen kann, auch 1440p Gaming ist kein Problem mit der RTX 3060 Ti. Also da ist man dann wirklich sehr gut ausgerüstet aktuell für die Spiele und ich denke auch für die nächsten Jahre, sodass es erstmal wieder ein bisschen dauern dürfte, bis man upgraden muss. Wie gesagt, knapp 600 Euro kostet das Modell. Es kann aber auch gut sein, dass in den nächsten Tagen nochmal wieder ein anderes Custom-Modell günstiger sein wird. Also schaut da dann einfach nochmal detailliert bei Geilzeits beispielsweise rein, wie sich die Preise entwickeln. SSD hatten wir jetzt ja gerade schon, dann kommen wir als nächstes zum Netzteil. Auch hier würde ich wieder ein Netzteil aus der BeQuiet System Power Serie empfehlen. Und aufgrund des etwas höheren Energiebedarfs aus dieser Zusammenstellung dann das System Power 9 CM in der 600 Watt Version. Hier gilt aber dasselbe eigentlich wie für die 800er und 1000er Kaufberatung hier von mir auch. Das System Power 9 CM ist halt relativ günstig, hat aus meiner Sicht mit das beste Preis-Leistungsverhältnis auf dem Netzteilmarkt. Es ist Teilmodular, 80 plus Bronze zertifiziert, hat alle nötigen Schutzschaltungen an Bord und ist, wie gesagt, nicht zu teuer. Das Netzteil bekommt man für etwa 65 Euro und da hat man dann ein solides Netzteil in seinem System drin, was einem keine Probleme bereiten dürfte. Als CPU-Kühler würde ich dann hier auch wieder den Arctic Freezer i35 empfehlen und der passt tatsächlich vollständig auch ins Budget rein. Deswegen ist meine Empfehlung wirklich hier die 30 Euro nochmal in einen extra CPU-Kühler zu investieren. Der sorgt einfach nochmal für etwas niedrigere Temperaturen und vor allem einen deutlich leiseren Betrieb. Abschließend kommen wir dann noch zum Gehäuse. Hier wäre meine Empfehlung immer noch das Co-Link Citadel, wie auch im 800er und 1000 Euro Gaming-PC. Da passen alle Komponenten, die ich hier empfohlen habe, problemlos rein. Es ist relativ günstig mit gut 40 Euro und es hat schon zwei 120mm Lüfter vorinstalliert, sodass man keine extra Gehäuse-Lüfter mehr dazu kaufen braucht. Meiner Meinung nach sieht es eigentlich auch ganz gut aus mit dem Glasfenster und so. Hat ein recht schlichtes Design, spricht aus meiner Sicht nicht viel dagegen, aber wenn es einem optisch nicht gefällt, sollte man halt selbst nochmal nach einem anderen Gehäuse gucken. Insgesamt landen wir dann hier mit allen Komponenten zusammen bei ungefähr 1180 Euro, also tatsächlich knapp unter unserem Budget von 1200 Euro. Und da kriegt man wirklich schon einen richtig guten Gaming-PC, auch einen PC mit dem 1440p Gaming problemlos möglich ist, mit einer RTX 3060 Ti, einem aktuellen Intel Core i5, also da kann man sich eigentlich nicht großartig beklagen. Klar ist, es sind immer noch ein paar Euro mehr, als man eigentlich bezahlen sollte, wenn wir Grafikkarten zur unverbindlichen Preisempfehlung kaufen könnten. Aber ich denke, wenn man vor allem auch schon sehr lange gewartet hat oder das eigene System so aus dem letzten Loch pfeift, dann kann man sich mit dem System tatsächlich schon sehr, sehr zufrieden geben. Das nächste sinnvolle Upgrade aus meiner Sicht oder das hauptsächliche Upgrade wäre dann von dem 1200 Euro Gaming-PC auf einen 1500 Euro Gaming-PC. Warum? Nun als nächst bessere Grafikkarte zur 3060 Ti würde ich dann zur 3070 Ti raten. Die Grafikkarte habe ich eigentlich relativ viel kritisiert, als sie rausgekommen ist. Das lag aber daran, dass das Modell von der UVP 100 Euro teurer angesetzt wurde, als die normale RTX 3070, aber im Endeffekt gar nicht viel besser ist. Nun, auf dem aktuellen Markt ist es aber so, dass eine 3070 Ti nur ungefähr 50 Euro mehr kostet, als eine normale 3070. Die günstigste 3070 Ti derzeit bekommt man so für knapp 800 Euro. Das ist im Moment die Pilot Gaming Pro. Da gibt es natürlich auch bessere Custom-Modelle auf dem Markt, aber ich würde hier wieder versuchen, tatsächlich auf das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach zu achten, dass man nicht zu viel für die Grafikkarte ausgeben muss. Und immerhin hat die Pilot Gaming Pro auch schon drei Lüfter mit verbaut. Und die 3070 Ti produziert ja noch nicht so mega viel Abwärme, wie beispielsweise eine 3080 oder noch bessere Grafikkarten. Deswegen denke ich mal, dass man mit dem Custom-Modell schon noch ganz gut bedient sein dürfte. Und wie gesagt, der Aufpreis zu einer normalen 3070 ist halt einfach nicht so hoch. Deswegen würde ich hier zur RTX 3070 Ti raten. Ansonsten sind wieder viele Komponenten, die ich hier jetzt empfehle, identisch zum 1200 Euro Gaming PC. Die gleiche SSD, nämlich die Crucial P2. Dann der gleiche Arbeitsspeicher, wieder ein 16 GB Kit, das G-Skill Ripjaws V-Kit. Auch hier bin ich immer noch der Meinung, dass 16 GB erstmal noch ausreichen. Man kann dann sonst zur Not auch später immer noch auf 32 GB upgraden. Auch die CPU ist dieselbe, der i5-12400F. Auch den würde ich immer noch empfehlen, selbst wenn man 1500 Euro zur Verfügung hat. Gleicher CPU-Kühler, der Arctic Freezer i35. Und beim Mainboard, Gehäuse und beim Netzteil, da würde ich jetzt tatsächlich andere Komponenten empfehlen. Warum? Nun erstens, eine 3070 Ti ist doch schon ein ganzes Stück leistungsstärker als eine 3060 Ti. Deswegen würde ich hier zu einem etwas besseren Netzteil raten, und zwar zum BeQuiet Pure Power FM 650 Watt. Man hat hier nochmal 50 Watt mehr in Reserve und das Netzteil ist grundsätzlich qualitativ nochmal ein bisschen hochwertiger. Und ich bin der Meinung, wenn man 1500 Euro für seinen Gaming PC investiert, dann darf es an der einen oder anderen Stelle auch gerne mal eine etwas hochwertigere Komponente sein. Auch wenn der PC theoretisch auch mit günstigeren Netzteilen funktionieren würde, insgesamt, finde ich, hat das Pure Power FM 650 Watt aber trotzdem noch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, denn das Modell kostet ungefähr 85 Euro, ist sogar vollmodular und das ist auch 80 Plus Gold zertifiziert. Also es hat nochmal einen deutlich höheren Wirkungsgrad als die BeQuiet System Raw Serie. 650 Watt sind auch locker ausreichend für das System. Da wird man überhaupt keine Probleme bekommen. Und man hat hier einfach nochmal ein qualitativ deutlich besseres Netzteil. Auch beim Mainboard und Gehäuse würde ich ja, wie gesagt, was anderes nehmen. Ich würde beim Mainboard jetzt auf ein Standard-ATX-Mainboard setzen und dann auch mit einem etwas größeren Gehäuse, weil die RTX 3070 Ti einfach doch nochmal ein ganzes Stück leistungsstärker ist und ein etwas größeres Gehäuse sich einfach nicht so schnell aufheizen, wie wir insgesamt dann doch eine etwas bessere Kühlung haben. Da wäre mir so ein Micro-ATX-Case, vor allem so ein günstiges wie das Cooling Citadel, dann doch ein bisschen grenzwertig, da tatsächlich vor allem mit den zwei vorinstallierten Lüftern die Wärme vernünftig wegtransportiert zu bekommen. Deswegen ist hier meine Empfehlung beim Mainboard. Das Gigabyte B660 Gaming X DDR4. Insgesamt wirklich schon ein sehr gut ausgestattetes B660 Mainboard, Standard-ATX-Mainboard für den 1700er-Sockel, welches auch nicht zu teuer ist. Also es kostet schon 150 Euro, aber damit ist es halt schon eines der günstigsten Standard-ATX-B660 Mainboards. Und wie gesagt, die Ausstattung kann sich wirklich sehen lassen von dem Mainboard. Ich denke, die wird keine Wünsche offen lassen und da hat man wirklich schon eine solide und gute Basis für seinen 1500 Euro Gaming-PC. Beim Gehäuse würde ich dann das Cooling Castle empfehlen. Das Gehäuse ist quasi der größere Bruder des Cooling Citadel. Es hat wieder zwei 120mm Lüfter vorinstalliert. Es hat wieder ein Glasfenster. Sieht aus meiner Sicht auch ganz cool aus. Und es ist auch wieder nicht zu teuer. Mit ungefähr etwas mehr als 45 Euro ist es für einen Standard-ATX-Case wirklich noch sehr günstig. Und ja, ich denke, wenn man aufs Preis-Leistungs-Verhältnis achtet, ist das tatsächlich eine gute Wahl. Ansonsten, wenn dir das Gehäuse nicht gefällt, kannst du natürlich auch zu einem anderen greifen. Insgesamt landen wir bei dem PC dann ziemlich genau bei 1500 Euro, also genau im Budget. Und mit der 3070 Ti hat man da wirklich schon eine sehr potente Grafikkarte, die nur eine etwas schlechtere Performance als eine RTX 3080 liefert, auf einem ähnlichen Niveau ist wie beispielsweise eine Radeon RX 6800. Und damit kann man auf jeden Fall auch in 1440p eigentlich alle aktuellen Spiele problemlos in sehr hohen bis maximalen Grafikeinstellungen spielen. Das ist überhaupt kein Problem. Und für 1500 Euro hat man da wirklich einen super Gaming-PC am Start, der einen auf jeden Fall problemlos die nächsten Jahre begleiten sollte. Vor drei Monaten, sage ich mal, hätte man davon nur geträumt, für 1500 Euro hier so ein System zu bekommen. Abschließend kommen wir jetzt zum teuersten Gaming-PC, den ich überhaupt noch empfehlen würde. Denn noch mehr auszugeben macht meiner Meinung nach keinen Sinn, weil dann das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich so in den Keller geht, sodass es aus meiner Sicht blöd wäre, noch mehr Geld auszugeben. Ja, es gibt Einzelfälle, wo das Sinn macht, wenn man vielleicht in 4K spielt, immer die höchsten Grafikeinstellungen will, wenn man unbedingt Raytracing verwenden möchte, wenn man vielleicht ein Multimonitor-Setup hat oder ein Ultrawide-Monitor, der eine besonders hohe Auflösung hat und so weiter. Es gibt da sicherlich Fälle, wo es vielleicht dann doch Sinn macht, noch mehr auszugeben. Aber ich sage mal, für den normalen Gamer, der maximal mit einem 2560x1440 Monitor spielt, wäre diese Zusammenstellung jetzt so das Maximale, was aus meiner Sicht Sinn macht und was ich empfehlen würde. Das System wird dann ungefähr 1.900 Euro kosten, also wir erreichen nicht ganz die 2.000-Euro-Marke und da hat man dann wirklich ein Oberklasse- bis High-End-System schon am Start, muss man ehrlich sagen, oder wofür einen viele wahrscheinlich beneiden werden. Als CPU würde ich hier an dieser Stelle dann den Intel Core i5-12600KF empfehlen. Der unterscheidet sich in einigen Punkten von dem i5-12400F, den ich für den 1.500-Euro-Gaming-PC empfohlen habe. Der i5-12600KF kann erstens übertaktet werden, das zeigt das K in der Modellnummer. Dann ist es erstmal wieder ein Prozessor, der keine integrierte Grafikeinheit hat, brauchen wir aber sowieso nicht, weil wir eine Grafikkarte verbaut haben. Und der hat noch ein paar mehr Kerne am Start, denn dabei handelt es sich um einen Zehnkerner mit bis zu 16 Threads. Der Prozessor hat sechs Performance-Cores und durch Intel Hyper-Threading dann sozusagen zwölf Performance-Threads und dazu kommen noch vier Efficiency-Cores. Insgesamt taktet der Prozessor natürlich auch etwas höher als der i5-12400F und der kann wie gesagt auch übertaktet werden. Er ist aber auch eine ganze Ecke teurer. Der 12600KF kostet derzeit knapp 280 Euro, ist aber aus meiner Sicht für einen Gaming-PC in diesem Preisbereich tatsächlich trotzdem die beste Wahl auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, denn wir wollen tatsächlich hier nicht, dass die CPU unsere Grafikkarte oder ein späteres Grafikkarten-Upgrade in ein paar Jahren irgendwie limitiert. Bei Mainboard würde ich dann das Gigabyte Z690UD DDR4 empfehlen. Wir setzen hier also immer noch auf DDR4-Arbeitsspeicher, hat einfach den Grund, dass DDR5 immer noch deutlich zu teuer ist. Das ist mit das günstigste Mainboard mit dem Z690-Chipsatz, was man so bekommt, ist dafür aber auch schon ordentlich ausgestattet. Es kostet trotzdem, obwohl es eines der günstigsten ist, immer noch 190 Euro. Also es ist wirklich viel für ein Mainboard. Liegt einfach daran, dass die aktuelle Intel-Generation, sowohl was Mainboards als auch was CPUs angeht, immer noch recht teuer sind. Trotzdem ist es aus meiner Sicht die sinnvollste Wahl, weil der i5-12600KF dem Ryzen 5 5600X beispielsweise deutlich überlegen ist. Und wir brauchen ja den Z690-Chipsatz, um dann tatsächlich auch von dem Übertaktungspotenzial des i5 profitieren zu können. Deswegen würde ich hier tatsächlich das Geld in diese Komponenten investieren. Beim Arbeitsspeicher würde ich dann ein 32GB-Kit empfehlen. Wieder das G-Skill RipJaws V-Kit mit einer Taktfrequenz von 3200MHz und CR16-Timings. Das Kit ist auf jeden Fall schnell genug für unseren i5. Es macht keinen Sinn, da mehr Geld auszugeben in beispielsweise ein 3600MHz-Kit oder sowas. Man ist mit den 3200MHz schon auf der sicheren Seite. Das RAM-Kit kostet ungefähr 130 Euro, ist damit auch eins der günstigsten Arbeitsspeicherkits. Und wie gesagt, 32GB, 3200MHz-CR16 reicht auf jeden Fall aus hier für den Gaming-PC. Da wird man definitiv nicht mehr upgraden müssen in der nächsten Zeit oder über die gesamte Lebensdauer des Rechners. Da bin ich tatsächlich von überzeugt. Jetzt kommen wir zur Grafikkarte. Und welche Grafikkarte mit der steht und fällt es ja, muss man ehrlich sagen, würde ich dann jetzt für oder würde ich dann jetzt noch maximal empfehlen, sodass wir noch ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Nun, aus meiner Sicht ist das die RTX 3080, denn die RTX 3080 Ti oder noch bessere Grafikkarten, die 3090, sind nochmal so viel teurer, obwohl sie nur minimal mehr Performance bieten, 5 bis 10 Prozent, sodass sie aus meiner Sicht keinen Sinn machen. Aktuell würde ich hier die Zotac RTX 3080 Trinity OC empfehlen. Die kostet jetzt gerade 1.040 Euro. Die war die letzten Tage aber auch durchweg für knapp unter 1.000 Euro zu bekommen. Also vielleicht macht es da auch Sinn, nochmal ein bisschen zu gucken, wie die Preise sich entwickeln. Ich hoffe mal, dass sie nicht weiter hochgehen werden, aber die Grafikkarte wird man für um die 1.000 Euro, denke ich, problemlos bekommen. Ich habe die Grafikkarte auch kürzlich bei mir im Test gehabt. Sie hat solide abgeschnitten, ist nicht das beste Custom-Modell, aber auch nicht schlecht, sodass man da tatsächlich aus meiner Sicht bedenkenlos zugreifen kann. Und das ist, ich sage es halt immer wieder, eines der günstigsten Custom-Modelle derzeit auf dem Markt. Deswegen würde ich hier wieder versuchen, ein bisschen Geld zu sparen, weil die RTX 3080 ja schon teuer genug ist. Bei der SSD wäre meine Empfehlung wieder die Crucial P2 mit einer Kapazität von einem Terabyte. Beim Netzteil würde ich dann wieder ein BeQuiet Pure Power FM empfehlen, aber jetzt nicht mit 650 Watt, sondern mit 750 Watt, sodass wir auch absolut auf der sicheren Seite sind, was die Leistungsaufnahme der RTX 3080 angeht. Das 750 Watt Netzteil kostet derzeit ungefähr 100 Euro und es ist ansonsten quasi identisch mit der 650 Watt Version. Es ist wieder 80 plus Gold zertifiziert. Es ist voll modular und ich denke, die 100 Euro sind tatsächlich gut investiert in ein qualitativ hochwertiges Netzteil, was dann auch die gesamte Lebensdauer dieses PCs uns ja ohne Probleme begleiten wird. Beim Gehäuse würde ich dann auch hier wieder das CoLink Castle empfehlen, so quasi als Minimalanforderung an Gehäuse, wenn es einem halt einfach relativ egal ist, wie das aussieht. Es sollte vom Luftdurchsatz mit den zwei 120 mm Lüftern noch ausreichen und es sieht halt wie gesagt aus meiner Sicht eigentlich ganz in Ordnung aus, aber da kann man sonst auch ein x-beliebiges anderes Gehäuse nehmen, wenn einem das optisch nicht gefällt. Als CPU-Kühler sollte man dann aus meiner Sicht am besten den Arctic Freezer i35 wieder nehmen und der ist tatsächlich dieses Mal Pflicht, denn bei dem i5-12600KF ist kein Intel-Box-Kühler mit dabei, also müssen wir einen extra CPU-Kühler mit dazu kaufen und der Arctic Freezer i35 für gut 30 Euro ist da aus meiner Sicht die beste Wahl. Insgesamt landen wir dann bei dem System bei ziemlich genau 1.900 Euro, wenn die RTX 3080 nochmal ein paar Euro günstiger wird, auch leicht darunter und dafür hat man dann aus meiner Sicht den besten Gaming-PC, den man noch mit gutem Gewissen kaufen kann, wo auch tatsächlich das Preis-Leistungs-Verhältnis noch stimmt. Denn eine RTX 3080, auch in der 10 GB Version, wie ich sie hier empfehle, ist einfach eine super Grafikkarte, eine super performante Grafikkarte. 1440p Game in den höchsten Grafikeinstellungen ist damit kein Problem, auch in 4K kann man viele Spiele spielen und die nächsten besseren Modelle, eine RTX 3080 mit 12 GB, kostet so um die 200 Euro mehr, eine RTX 3080 Ti so 300 bis 350 Euro mehr. Aus meiner Sicht wird da das Preis-Leistungs-Verhältnis dann so schlecht, dass man tatsächlich lieber jetzt eine normale RTX 3080 kaufen sollte und dann vielleicht einfach etwas früher auf eine Grafikkarte aus einer neuen Generation wieder upgraden sollte. Das war einiges an Kaufberatung heute für das Video. Ich habe euch verschiedene Systeme vorgestellt, von 800 Euro bis 1900 Euro. Und wie gesagt, ich kann es nur nochmal wiederholen, du findest alle Komponenten, die ich empfohlen habe, in verschiedenen Geizheitswunschlisten in der Videobeschreibung. Und wenn du tatsächlich Interesse hast, diese Konfiguration direkt zu kaufen, die ich hier empfehle, dann findest du alle Konfigurationen fertig zusammengebaut bei Crotus Computer im Shop. Auch die Links findest du nochmal in der Videobeschreibung. Und ansonsten, ja, bleibt mir nur noch übrig zu sagen, wenn du noch Fragen oder Anmerkungen zu meiner Kaufberatung hast, dich vielleicht auch fragst, warum ist die Komponente nicht dabei, was ist mit der Grafik gerade, warum empfiehlst du die nicht, dann schreib es gerne in die Kommentare. Nur weil ich hier manche Komponenten nicht erwähnt habe, heißt es nicht, dass die Komponenten irgendwie jetzt schlecht sind und man die auf keinen Fall kaufen sollte, schreib es einfach gerne rein und ich gucke dann, ob ich da drauf antworten kann. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin raus. Haut rein.